Dann sage ich erstmal wunderschönen guten Abend, heißen Sie alle herzlich willkommen zur Pressekonferenz, zur ersten Pressekonferenz in der Rückrunde, jetzt hier bei uns im H&R Sportpark. Ich denke, wir haben ein sehr spannendes Oberligaspiel gesehen und natürlich interessiert uns in allererster Linie mal die Meinungen unserer beiden Trainer, die ich jetzt erstmal begrüße, Gustav Affill, Trainer von Oberath und unser Trainer, der Udi Bommer. Ich würde sagen, gut wiedergeben, das Wort ist 19. Also Statement über das Spiel und seine Eindrücke jetzt hier auf den Sportpark wiedergeben kann. Erstmal schönen guten Abend. Ich bin noch ein bisschen vom Spiel mitgerissen, aber erstmal ein ganz, ganz, ganz großes Kompliment an die Heimmannschaft für den Sieg, was im Endeffekt auch verdient war, weil sie 3-2 gewonnen haben und an meine Mannschaft natürlich auch ein ganz großes Kompliment. Das Spiel hatte sehr viele Höhen und Tiefen aus Oberredersicht. Wir haben sehr stark begonnen, gehen 1-0 in Führung. Dann kommen wir nach dem Elfmeter. Rote Karte für den Gegner. 2-0 auf dem Fuß, nicht gemacht. Gut, weiter geht's. 3-0, 4-0 auf dem Fuß, auch nicht passiert. Und ja, somit ist dann Hessen-Drei-Eich in diesem Moment auch ins Spiel gekommen. Und das war auch unser Matchplan, in den ersten 15-20 Minuten das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden. Das haben wir nicht geschafft. Natürlich ist es schwierig, dann auf solchen Bodenverhältnissen dann auch richtig gut Fußball zu spielen. Das gilt aber für beide Seiten. Es war sehr, sehr schwierig. Es war ein sehr, sehr kampfbetontes Spiel. Es war ein sehr gutes Tempo, was ich fand, weil es immer hoch und runter ging. Aber nichtsdestotrotz mache ich meiner Mannschaft ein sehr großes Kompliment gegen so eine starke Mannschaft von Hessen-Drei-Eich. Ich habe meinen Jungs vor dem Spiel gesagt, geht raus, genießt es. In so einem Stadion werden wir nicht so oft spielen. Und gegen so eine Mannschaft, die in den nächsten 2-3 Jahren auch in dieser Klasse nichts zu tun hat, werden wir auch nicht mehr spielen. Und das hier hat mit dem Amateurfußball nichts zu tun. Muss man neidisch auch anerkennen. Und ich hoffe und drücke Hessen-Drei-Eich die Daumen, dass es in den nächsten 2-3 Jahren richtig hoch geht. Danke. Ja, vielen Dank für deine chronologische Hauptfolge des Spiels. Ich denke, da kann man natürlich schon auch einverstanden sein im Großen und Ganzen. Aber natürlich erst mal die Aussage von Rudi. Ja, da hast du recht. Letztendlich hat er eigentlich schon alles ausgeführt. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr so viel dazu sagen, bis auf das, dass wir die ersten 15, 20 Minuten verpennt haben. Hätte das Ergebnis also ruhig 3-0 oder auch 4-0 ausgehen können zum Anfang. Ich denke, die Mannschaft hat sich aber trotzdem sehr gut reingebissen, gerade nach dem Platzverweis. Wir waren also stärker mit 10 Mal als mit 11. und hat den Kampf angenommen. Das ist das, was ich im Vorfeld immer gesagt habe. Es ist kein Spaziergang hier. Es ist sehr harte Arbeit. Aber ich denke, die Jungs haben auch richtig gearbeitet. Bis zur 94. Minute. Wir hatten ja vier Minuten dann noch oben drauf. Aber ich denke auch dann, gerade in der zweiten Halbzeit, umso länger das Spiel gedauert hat, hatten wir aber auch dann noch sehr gute Möglichkeiten, sodass wir das Ergebnis hätten auch zum Schluss etwas höher schrauben können, was letztendlich nicht verdient gewesen wäre. Das ist auch klar. Wir sind froh, dass wir die drei Punkte haben. Und wir haben auch noch viel Arbeit vor uns. Dankeschön. Vielen Dank, Rudi. Ich denke, dass man den Ausführungen der Trainer sicherlich beipflichten kann. Aus Sicht der Fernseher ist sicherlich eine interessante Frage an den Muska-Fahrer. Ihr habt gesehen auf der Tribüne aus. Ihr habt am Anfang sehr aggressiv angefangen. War das so die Chance, die du gesehen hast, den Gegner von Anfang an unter Druck zu setzen und zu versuchen, dort Punkte zu landen? Ja klar, wir haben den Gegner analysiert. Wir haben uns auf euch eingestellt. Wir wussten, unser Matchplan war so ausgerichtet, so wie es in den ersten 15, 20 Minuten waren. Und unser Matchplan ist auch teilweise aufgegangen. Und ja, den Genickstoß, sage ich, den haben wir nicht hinbekommen. Gut, so etwas kann passieren. Und wie gesagt, wir machen jetzt hier keinen Vorwurf. Auch nicht demjenigen, den den Elfmeter nicht reingemacht hat. Das war auch dann der gleiche Spieler, der dann das Upside produziert, wo der Ball ins Tor geht, wo der Pelle nicht hingeht. Dann passiert das Tor. Und ja, also unser Matchplan ist teilweise aufgegangen. Darauf sind wir auch stolz. Wir sind hier abgeschlagen, als letzter gekommen. Wir haben letzte Woche schon ein Lebenszeichen gezeigt. Und heute war auch nochmal ein Lebenszeichen. Und ich hoffe und ich glaube auch an meine Mannschaft. Und wir werden alles daran setzen, um in dieser Hessenliga zu bleiben. Für uns war das von Anfang an ein Riesen-Event, diese Hessenliga mitzunehmen. Und ich glaube noch daran. Und für die Operator-Zuschauer und für das Operator-Volk ist es immer noch ein Traum, in dieser Liga zu bleiben. Und dafür werden wir alles tun. Und ich denke, wir leben den Fußball mit Kampf, mit Einsatz und mit Laufbereitschaft. Und nur so haben wir eine Chance. Und das werden wir auch in den letzten Spielen so weiterhin produzieren. Ich denke, dafür können wir der Mannschaft von Oberrat nur alles gut wünschen. Auch für die nächsten Spieler, dass heute die Punkte hier bleiben und geblieben sind, war natürlich unser Wunsch. Das ist ganz klar. Nur ab sofort wünschen wir dir und deinem Team natürlich viele Punkte, dass du auch die Chance bekommst, in der Klasse zu bleiben. Frage auch an den Rudi. Auch wiederum in Richtung Aufstellung. Hat gesehen, wir haben doch relativ offensiv angefangen. Hast die ganze Woche sehr akribisch vorbereitet. Und dann hat man gesehen, nach den Vorkommnissen der ersten Minuten, da musst du doch mehr eingreifen, dass es dir vielleicht lieb war. Wenn wir dann in Zukunft immer wieder den zwölften Mann an der Außenlinie sehen, ich glaube, du bist genauso mitgelaufen wie der ein oder andere Spieler. Wie hast du die Situation jetzt mehr oder weniger empfunden? Ja, es ist erst mal so, dass ich ja zuständig bin, wenn es der Mannschaft schlecht geht. Und das ist immer wichtig, dass du dann da draußen auch eingreifst. Ich denke, das haben wir gemacht, Herr Ralf und ich. Es war nach den ersten 15 Minuten natürlich sehr schwierig, weil die Jungs dann doch Fehler produziert haben, über den Ball getreten haben. Der Rasen war sehr glitschig, der Ball ging durch. Und wir wussten ja, und wir haben Oberrat auch beobachtet, wir haben auch Videoanalyse gemacht, wie die Jungs dann eben sich vorne bewegen. Und da sie uns auch pressen. In der Situation kamen wir einfach am Anfang nicht so zurecht. Und wie gesagt, wir haben uns dann in das Spiel reingebissen, reingekämpft. Das muss man dann auch erst mal machen, wenn man eben schwimmt zu Anfang. Und dann gibt es ja uns da draußen auch noch, in dem Moment, wo wir mit zehn Mann gestanden sind, die Situation haben wir ja noch nicht gehabt, weil wir ja auch als Trainer neu sind hier, die Jungs dann erst mal neu ausrichten. Das haben wir getragen mit zwei Fährekäppen, bloß einen davor. Ja, tatsächlich hat man auch draußen gesehen. Ich denke, wir haben wie gesagt, vor allen Dingen rein von der Einstellung her, bei der Mannschaften ein heute ziemlich hochklassiges Oberliga-Gespiel gesehen, zumindest von der Kampfbereitschaft bei der Mannschaften. Auch einen wunderbaren Rasen. Ich denke, es war sicherlich auch ein Geschenk an beide Mannschaften, heute doch trotz des Wetters auch den Rasen zu spielen. Wir haben, das wollte ich natürlich noch nachtragen, 450 Zuschauer, sicherlich hat dieses Spiel, und die Kulisse und die Atmosphäre hier den anderen Zuschauern mehr verdient. Aber mit 450, denke ich mal, bei diesem Wetter kann man leben. Aber unter dem Strich ist es natürlich ganz entscheidend, wir haben die drei Punkte und das ist entscheidend. Ich würde sagen, wenn Fragen von der Presse an die beiden Trainer zu richten sind, dann würde ich Sie bitten. Eine Frage, ja? Ja. Schönen guten Abend, Petro Herr Ziggels von Maintreffer. Muss aber viel, meine Frage, deine Mannschaft scheint trotz der vielen Abgänge jetzt viel homogener und besser aufzutreten als vor der Winterpause. Wie erklärst du dir den Wandel deiner Mannschaft? Weil das Spiel gegen Stadtallendorf war ja schon beeindruckend und heute auch die Anfangsphase. Wie erklärst du dir den Wandel deiner Mannschaft? Gut, das ist ganz einfach erklärt. Die Spielcharaktere, die wir jetzt zur Verfügung haben, sind so ausgelegt, dass wir wirklich über dieses Tempo mit dem Anlaufen auf vorne den Gegner unter Druck setzen, so ausgerichtet sind. Und die Jungs setzen das super rum. Und ich möchte jetzt auch den Jungs, die jetzt den Verein verlassen haben, aus welchen Gründen auch immer, keinen Vorwurf jetzt machen. Nur da mussten wir das Spiel halt schon ein bisschen anders aufstellen vorher. Und das spielt uns natürlich jetzt besser in die Karten, weil wir auch keine Stars hatten wir eigentlich nie in der Mannschaft. Aber die Mannschaft lebt den Fußball und weiß, auf was es ankommt. Und das setzen wir halt rum. Und deswegen denke ich mal, ist es auch momentan so. Und wir werden es auch so weiterführen, weil das die einzige Chance ist. Und nochmal, ganz großes Kompliment an meine Mannschaft für diese Leistung. Weitere Fragen aus der Presse? Gilde? Keine. Gerne auch aus der Runde hier. Wenn jemand eine Frage hat an unsere Trainer, solange sie uns zur Verfügung stehen, können wir sie gerne noch stellen. Dem ist nicht so. Dann würde ich sagen, beenden wir die Pressekonferenz. Ich bedanke mich. Erste Dinge bei den beiden Trainern. Vielen Dank für eure Zeit und eure Statements. Bei allen Zuschauern, die heute hier anwesend waren und den Sieg mitverfolgen können. Und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Reimspiel hier wieder und wollen und wir hoffen, dass wir auch genauso eine gute Leistung wiedersehen und die Punkte wieder hier behandeln können. Vielen Dank. Und schönen Abend und guten Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.